und hiermit wieder herzlich willkommen zurück auf meinem youtube kanal wie ihr seht mit dark souls 2 ja wir haben jetzt den was war das wir haben jetzt den riesen besiegt und suchen jetzt unseren weg weiter na komm her da komm her du bekommst sogar einen großen seelenpfeil ja ja ich spare nicht mit hier so dich sehe ich da ganz genau jawohl aber etwas sparen okay ich könnte das rufsymbol holen jetzt aber mir nein feuerbombe so ich muss noch mal kurz schauen wo der überall passt okay soldatenschlüssel benützt wo sind wir hier und da ist eine kiste vielleicht eine falle ich weiß es nicht sehen wir uns natürlich an eine falle nö in der wiederherstellung interessant was ist das für einer was ist das für ein ring der wiederherstellung stellt langsam tp wieder her der ist interessant okay lebensring okay ich glaube ich bleib oder gegenlandschiff statt den blauen wächtern nicht bleib oder blauen wächter so jawohl lebensregeneration und das ganze drumherum hier symbol des königs ja das habe ich jetzt noch immer nicht so illusion voraus nein ja lügt er sicher nur scheinbare waren es lügner voraus lügner voraus ja ich denke es mir ja ja was war da hinten los so vorsicht vor hinten ich messe dich und na vielleicht doch nicht tja hättest du dir so gedacht okay jetzt habe ich natürlich den schlüssel für da den muss ich will ich auch noch nicht dass mir der entgegen in den rücken fällt weg mit dir so öffnen ich weiß nicht mehr genau ich glaube schon dass wir hier rein müssen kann das sein ich traue dem ganzen hier nicht nein 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 ich habe doch nichts getan nein stirb schüttel 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 Hättest du dir so gedacht. Was ist mit dir da vorne? Na? Nein, ich bin genau rein. So, so geht's auch. Schwarze Feuerbombe und Heimatknochen. Okay, jetzt wird's interessant, denn ich glaube... Wir gehen die Zauber aus. Aber es spielt sich locker hier, ne? So, einen großen habe ich noch. Ja, das ist wirklich so eine Sache. Okay. So. Fackel. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Habe ich irgendwo was übersehen? Nö. Ich würde sagen, wir gehen dann hier raus. Hallo. Jawoll. Einen Einlauf. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon irgendwie gehört habt. Aber, Leute von heute. Es gibt einen DLC demnächst. Du. Du, Treksackblase du. Ich bin mir nicht müssig hier. Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich hab's dir gesagt. Ich brauche aber ziemlich viele. Cool! Nein! Du kommst ja nicht näher, ne? Braust dich nicht! Das wird ein Untergang sein. Ja, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Du, übrigens, zieherfeind. Ah, ok. Wo ist der CF-1? Oder war der schon? Ich glaub, der war schon der CF-1. So, Bastardschwert. Jawoll. So, sehen wir mal einen Stock höher. Ja, ich glaub, ich bin hier etwas falsch. Aber ich will natürlich auch alles sammeln, ne? Krieg doch ins Loch! Nein! Nein! Oh! 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 Jetzt mir gehen die Zauber wirklich bald aus. Nummer 29. Dann muss ich höchstwahrscheinlich so ein Krautmampfen, wo ich mir meine Zauber wieder auflade. Na, der schnellste bist du nicht. Uh! Wolltest du mich austricksen, ne? Na ja, komm her, du blöde Schildfutter! Jawoll! Oh, da lohnt sich der Zauberer, wirklich. Macht Laune! So, geschafft! Oh! Ich hab's geschafft! Komm Platz! Da unten gromscht irgendetwas... Ah, jetzt weiß ich auch was... Tja ... Hättest ihr so gedacht? So, da war ich ja schon, ich würd nur die Tür aufmachen... Dass sie offen ist, natürlich! So! Okay ... Gelbes Kraut. Hat sich ja schon mal gelohnt. Aber ich glaube, ein Leuchtfeuer ist in der Nähe, ne? Oder? Falle? Nein. Keine... Oh, Jäger! Die ganze Ausrüstung hat sich ja gelohnt. Mal schauen, was sie für Stats hat. Vielleicht taugen sie ja in einen Zauberer. So. Okay, da drinnen ist das Leuchtfeuer. Hier ist, glaube ich, nur ein blöder Baum. Ja. Ein toter Baum. Und das war es aber auch schon hier, ne? So. Flambieren. Ich glaube, es geht jetzt nämlich in die andere Richtung weiter. Und zwar von hier weg. Und zwar in... Ja, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber egal. Ja, ja. Aufsteigen. Ich will aufsteigen. Vita. Nö. Scheiß auf Vita. Obwohl... Wäre natürlich auch... Cool etwas Vita, ne? Oder Zauber. Zauber. Läuft bei uns. Vielleicht sollte ich mal alle Seelen verbrutzeln, die ich so habe. Benützen. Alle natürlich. Naja, und nochmal. So. Einmal noch aufleveln. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du erzählst mir immer dasselbe, ne? Ole, du. Ah, Balance. Austauern. Ja, mit der Austauern bin ich eigentlich zufrieden, ne? Slot geht da nicht weiter. Ich habe jetzt vier Slots. Ich weiß, dass ich demnächst wieder ein paar Zauber bekomme. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Und hol mir dann noch einen fünften Slot. Dann kann ich nämlich alles nehmen. Oh, nein. Und du? Bin ich nicht... Oh, politisch. Ja, ja. Verstanden. Waffe reparieren. Nein. Verstärkung. Verstärkung. Ja, das Schild Verstärkung wäre natürlich eine Option, aber ich warte mit ihm lieber. So, natürlich auch habe ich eine neue Ausrüstung bekommen. Oh, den kann ich nicht tragen. Alter, ist der schlecht. Ah, Resi hat der Gute. Naja. Ich glaube, ich bin... Oh. Ja, läuft bei uns. So, ich würde gerne mal meinen Stab irgendwie aufwerten. Kann der das? Kann der Stab aufwerten? Oder kann das nur der Zauberer? Bin mir jetzt gerade unsicher. So. Ja, der kann meinen Stab aufwerten. Aber ob unsere Zauberer dadurch stärker sind, ich weiß es nicht. Ich hoffe. Ohne Witz, ich hoffe. So, jetzt schauen wir mal kurz zu dem einen dort. Na, wo ist er denn? Da drinnen. Müsste er irgendwo herumkrebsen. Der ist noch immer nicht da. Dann müsste er eigentlich schon da sein, oder? Warum der nicht da ist, das verstehe ich jetzt nicht. Aber vielleicht kommt er erst, wenn ich den nächsten Boss besiegt habe, oder so. Wobei die Olle da ist ja auch da, ne? Ah, mir soll es jetzt recht sein, ne? Der kann dort bleiben, wo der Pfeffer wächst. Weiter geht's. Und zwar hier nach unten. Naja, und jetzt geht's glaube ich nach unten. In die Kanalisation. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, dass dort dann irgendwo mal aufgehört hat. Also mein Let's Play aufgehört hat. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. So. Da gibt es jetzt irgendwas zum Ziehen. Zieh. Pull, pull, pull. Jawohl. Lass mich durch hier. Ja, was finde ich hier? Hier ist auch wieder was zum Ziehen. Ja, ja. Ziehen. Ziehen. Alles ziehen. Zerbrochenes Diebesschwert. Ja, vielleicht eine neue oder andere Waffe wäre natürlich auch vielleicht von Vorteil. Ja, das kann er leider alles nicht tragen. Das ist das Blöde. Nein. Okay, dann habe ich eh. Wunder, nö. Deine Waffe, eine Einhandwaffe, oder Nahkampfwaffe wäre natürlich der Hit. Die natürlich mit Intelligenz oder so arbeitet. Wäre nicht von Vorteil. So. Nö, zuerst hole ich mir unten das Dings hier. Oh, der wird mich jetzt sowas von fertig machen. Weg. Oh, da braucht er aber viele, ne? Alte Ritterrüstung. Ja, ich würde sagen, da ich ein Zauberer bin, hole ich mir dann einfach Hilfe, ne? Warum auch nicht? So, kurz hingesetzt. Und nach oben gelaufen wird. Und? Der Phantom wird gerufen. Ah, die soll mir ruhig helfen. Aber wie jetzt weiter geht's hier in der nächsten Folge. Also seid gespannt und habt mich gefreut, wenn ihr zugesinnert. Und da geht's. Buddy.